Was? Was soll das denn? Aua. Ich werde hier von allen Seiten einen Volker hauen. Stirb. Und du stirbst auch. Achso, hier musste ich den Akku rausziehen. So. Was ist das? Eine Kugel. Okay. Hm, auch gut. Äh, jetzt muss ich hier irgendwo raus. Muss ich daraus oder muss ich daraus? Ich weiß nicht mehr, wo ich raus muss. Ich glaube, hier bin ich falsch hier hingekommen. Glaub ich. Wo bin ich hierher gekommen? Oh Gott, das sieht alles gleich aus. Ne. Oh, hier ist richtig. Aua, ich sterbe gleich. Was soll das denn? Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ja, das ist los. Ich sterbe hier schon gleich im ersten Level. Ey, das kann ja was werden. So, du stehst einfach mit morgen zu mir. Auch gut. Hör, das war ja was. Äh, ja, wie gesagt, ich sterbe hier schon im ersten Level. Na, das kann ja heitern. Oh, schon wieder. Oh, die sind echt mies. Gewege, hör auf zu schießen. Ich höre dich doch. Oh, da wäre ein rotes Ding gewesen. Hm, Gesundheitsentzugs-Aura. Toll. Wo geht's weiter? Von daher kam ich. Hier geht's weiter? Äh, nein, von hier kam ich. Dann geht's hier weiter. Pam. Ich entziehe euch einfach eure Gesundheit. Aua. So, und jetzt muss ich das hier rausziehen und dann kann ich darüber obsten. Ups. Ja. Ganz toll hab ich das gemacht, wa? Ja, aufs auf mich zu schießen. Ich arbeite hier. Du störst mich beim Arbeiten. Hm. Hm. So, einmal durch den Abluftschacht. Wow. Einmal da runter. Hallo? Oh, da kämpft schon wieder jemand. Na? Aua. Der Spieler. Nein, 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 ich wollte nicht noch abwerfen. Aua. Ah, nein. Nein, nein, nein. Aua. Stirb. Ist der tot? Ist der tot oder muss ich vielleicht gegen ihn kämpfen? Kämpft ihr mal gegen den? Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Aber ich glaube, ich muss gegen ihn kämpfen. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ah, ich stirb. Ah. Okay. Aua. Ich schaue jetzt einfach auf die Nuss. So, eine Lebensanzeige. Da, da ist sie eine Lebensanzeige. Hilfe. Aua. 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 Okay. Wert hast du. Und E. Aua. Ich bin voll der mächtige Mega-Sith-Sith-Lord hier. Alter. Yeah. Okay. Gut. Äh, das sieht so aus, als müsste ich hier hochspringen. Hui. Und jetzt. Nur nicht oben rausfahren. Schalalala. 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 Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, nein. Ach, nee. Das ist nur so ein zweiter. Huch. Ich muss jetzt mal aufräumen. Huch. Oh. Nö. Stirb. Das muss ich ja schon wieder hier hochfahren. Das ist ja... Unnötig hier. Spielzeit unnötig in die Länge gezogen. Oha. Hilfe. Beschießen mich. Ich will nicht beschossen werden. Komm, geh jetzt mal da. Verdammt. Hilfe. Hilfe. Aua. Huch. Hilfe. Hilfe. Hier bricht auch gleich alles zusammen. Hilfe. Ja. Ne? So. Ich reiße erst mal die komplette Halle ab. So gehört sich das. Da oben ist was. Ich hab das genau gesehen. Das ganz genau gesehen. Da oben kann man lang gehen. Na was. Ich glaube, das gehört sich nicht so. Das hört sich ganz komisch an. Na gut. Na, da oben ist auch was. Na. Na. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Das ist da auch so ein gelbes Ding. Hier bricht gleich erst mal alles wieder auseinander. Betten. Äh. So. Und jetzt will ich hier rüber. Dann ist nämlich hier auch so ein Ding. Was ist hier? Hier ist nix. Hier ist alles. Alles Tutti. Okay. Dann gehen wir hier runter. Und gehen da rein. Guckuck. Ist hier jemand? Nein. Es ist hier niemand. Das kann doch gar nicht sein. Hier sind ständig und überall Gegner. Ein Gang ohne Gegner. Oh nein. Hallo. Hallo. Ist es leer? Da oben ist ein Teil. Das will ich haben. So. Wir bauen uns jetzt den Weg zusammen. Äh. Äh. Ich erinnere mich. Beim letzten Mal, da habe ich da schon so rumgeeiert hier. Nee. Oh. Komm schon. Leg dich mal wieder hin. So. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Schiebe ich dich halt da rein. Jetzt zielen und dann. Ach verdammt. Du musst nur irgendwie da rein. So. rein da. Los. Hältst du jetzt? Es hält. Okay. Ja, wenn es hält, reicht ja. Jetzt hier einmal hoch. Und dann hier. Und dann hier. Und dann haben wir dich. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Ich kann noch da hin. Und ich kann noch da rüber. Okay. Das heißt, ich muss hier hoch. Dann da rüber. Dann da hoch. Dann da rüber. Und dann hier lang. Und dann bin ich da. Juhu. Energiekristall. Rupert. Der Rupert. Gucken wir gleich mal nach. Vielleicht macht er uns irgendwie stärker. Energiekristall. Rupert. Das Lichtschwert bewirkt mehr Schaden. Keine Bundes. So, dann nehmen wir doch den. Coole Sache. Und einmal da runter. Plopp. So, dann geht es hier weiter. Haben wir alles. Sonst gibt es hier nichts mehr. Nö, da gibt es noch so ein anderes komisches Ding. Das brauche ich aber anscheinend irgendwie nicht. Vielleicht kommt hier später noch was. Bra, 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 bra. Los, einmal tue ich. Ich habe Bonus-Ziel erfüllt. Was von Bonus-Ziel habe ich erfüllt. Aber. Erf ich denn hier einfach so mit Granaten um sich. Das gehört sich aber nicht. Ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl. Hallo. Huch. Was zur Hölle. Was war das? Wo sind die hergekommen? Die sind einfach so aus dem Himmel gefallen. Ah. Ah, ein Fahrstuhl. Tot. Seltsam. Naja. Naja. Bis zum nächsten Mal.